Was zum Geier ist eigentlich mit Stronghold passiert? Also ich mein, wir wissen, was passiert ist. Nach zwei absolut genialen Spielen trat diese Serie eine jahrzehntelange Talfahrt an. Heute freuen wir uns schon, wenn ein Stronghold mal okay ist wie das neue Warlords und kein kompletter Rohrkrepierer. Das Was ist also nicht die echte Frage. Die Frage ist, wie und warum? Und dafür gibt's in meinen Augen fünf Gründe. Nummer 1. Stronghold war zu perfekt. Stronghold war ein Spiel, das einen Traum erfüllt. Endlich Burgherr sein. Und zwar wirklich das volle Erlebnis. Stronghold war ein erstklassiges Aufbauspiel, in dem wir eine Burg errichten und Wirtschaft und Volk verwalten. Und das war soweit nicht mal unbedingt eine Überraschung. Serienerfinder Simon Bradbury kannte sich mit Aufbau aus. Er hatte zuvor bei Impressions als Programmierer an allen drei Cäsarteilen mitgearbeitet. Aber Stronghold war mehr als das. Es war auch ein echt gutes RTS. Wo Spiele wie Arno sich immer noch schwer tun, Aufbau und Kämpfe sinnvoll und spaßig zu verheiraten, ergibt sich das bei Stronghold ganz natürlich aus der Grundidee. Eine Burg ist ein Verteidigungsgebäude. Die muss eben auch verteidigt werden. Und mit jeder Menge coolen Mechaniken wie Pechgruben und verschiedensten Belagerungswaffen, setzt der Stronghold auch diesen Aspekt richtig klasse um. Mir fallen wenig andere Spiele ein, die einen so einfachen wie fantastischen Grundgedanken so rundum gelungen zum Leben erwecken wie Stronghold. Hier war ich eben wirklich Burgherr. Genau, was ich mir als zehnjähriges Kind mit viel zu vielen Ritterbüchern immer erträumt hatte. Stronghold war perfekt für mich. Aber das war ein Problem für seine Nachfolger. Denn wie setzt man ein perfektes Spiel fort? Das erste Stronghold hatte ja schon alles, was ich für meinen Burgherrentraum brauchte. Mir fehlte kaum Essentielles und es gab auch keine größeren Schwächen, die mich wirklich störten. Das Standalone-Lead-on-Crusader konnte noch eine echte Lücke füllen. Einen gescheiten Gefechtsmodus, den einfach jedes gute ATS braucht. Hat ja seinen Grund, dass Crusader bis heute als der definitive Serienteil gilt. Aber mit Stronghold 2 gingen dann die Probleme los. Das hatte keine essentielle Lücke in der Mauer mehr zu stopfen. Stattdessen war sein Ansatz einfach mehr. Es brachte mehr Gebäude, mehr Ressourcen, mehr Mechaniken. Und war damit kein schlechtes Spiel. Ich sag ja keineswegs, dass es unmöglich war, Stronghold auszubauen. Im Gegenteil. Ich war zum Beispiel ein Riesenfan der ganzen neuen Verteidigungsanlagen, die die Physik der neuen 3D-Grafik nutzten, wie zum Beispiel diese Baumstämme an der Mauer. Aber unterm Strich wurde es bei Stronghold 2 dann zu viel. Es gab zu viel, um das ich mich kümmern musste und längst nicht alles davon machte Spaß. Klar, Ratten und Jauche waren eine echte Sorge für echte mittelalterliche Burgherren. Aber ich hatte bei Stronghold 1 jetzt nie den Gedanken, Mann, ich würde mich jetzt wirklich gern noch mehr mit dem Dreck in meiner Burg rumschlagen können. Der erste Teil schaffte es perfekt, seine Spielmechaniken und die verschiedenen Aspekte des Burgherrenlebens so auszutarieren, dass alles Wichtige da war und nichts davon zu überladen. Teil 2 fehlte dieses Feingefühl. Trotzdem hatte er seine Fans. In einer hochwissenschaftlichen Twitter-Umfrage stellte ich sogar fest, die meisten meiner Follower fanden Stronghold 2 damals gut. Aber heute bleibt trotzdem nur noch wenig Nostalgie für das Spiel übrig. Auf Steam sind im Schnitt so 300 Spieler online, beim ersten Teil 400. Und beides verblasst komplett gegen das erste Crusader mit 1500 Steam-Spielern. Und auch Crusader konnten Firefly nie so richtig weiterentwickeln. In Crusader Extreme versuchten sie es mit albernen Fähigkeiten, wie Truppen, die aus dem Nichts aufploppen. Aber ganz ehrlich, das braucht halt einfach niemand. Aber ich sag gar nicht, dass nur die Entwickler dran schuld sind, dass Stronghold sich so schwer weiterentwickeln kann. Wir Fans waren auch immer ziemlich konservativ. Und das bringt uns zu Grund Nummer 2. Der Traum von Stronghold ist in Stein gemeißelt. Es hat auch einen Nachteil, wenn man den Leuten so perfekt einen ganz konkreten Traum erfüllt. Sie wollen dann auch nur genau diesen einen Traum von dir. Stronghold stieß nie auf viel Gegenliebe, wenn es davon abweichen wollte. Crusader ließen die Leute noch durchgehen. Das war ja immer noch Mittelalter, nur halt woanders. Aber ich muss zugeben, selbst das hat mich damals schon irgendwie genervt. Ich fand die klassischen grauen Burgmauern auf grünem Feld einfach schöner als... Sandstein auf Sand. Alles braun. Bäh. Aber weiter als das ging vielen Stronghold-Fans dann endgültig... Naja, zu weit. Stronghold Legends verfrachtete die Serie etwa in ein Fantasy-Szenario. Und das ist ja eigentlich eine sehr naheliegende Idee, Stronghold weiterzuentwickeln. Total War zeigte später, dass es kaum einen besseren Weg für eine historische Serie gibt, ihr Gameplay auszubauen. Total War Warhammer erweitert das Serienprinzip um Flugeinheiten, Magier und haufenweise andere Fantasy-Ideen, die es schlichtweg zu einem vielfältigeren Strategiespiel machen. Und diese Dinge könnte es in einem Medieval 3 einfach nie geben. Aber von Stronghold wollen wir halt klassisches Mittelalter. Weil das ist eben der Burgherrentraum. Ich persönlich liebe Fantasy, aber hatte trotzdem keinen Bock auf Legends. Und auch sonst kaum jemand. Auf Steam ist es heute das unbelebteste Stronghold nach Teil 3. Wobei das nicht nur am Szenario liegt, sondern auch daran, dass nach Stronghold 2 es zu sehr in die andere Richtung ging und den Aufbaupart zu sehr zusammenstrich. Wie gesagt, Firefly kriegte diese Balance mit den neueren Strongholds nie wieder so gut hin wie früher. Aber auch Stronghold Warlords stieß mit seinem Asien-Szenario instinktiv auf Ablehnung. Dabei hätte das ja durchaus auch spannende neue Impulse liefern können. Ich kann da mal ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, um nochmal den Total War Vergleich zu bemühen. Ich habe für GameStar sowohl Thrones of Britannia als auch Three Kingdoms von der ersten Preview bis zum finalen Test betreut. Bin nach England zu den Entwicklern geflogen, habe Videos und Artikel gemacht, das volle Programm. Und Thrones of Britannia hat viel mehr Leser interessiert als Three Kingdoms. Dabei ist es nur ein kleiner Spin-off-Titel und obendrein das viel schlechtere Spiel. Aber es hat klassisches Mittelalter und das wollen die Leute bei uns einfach viel lieber. Wohlgemerkt, bei uns. Der chinesische Markt machte Three Kingdoms trotzdem zum erfolgreichsten Total War-Launch aller Zeiten und Asien ist auch für Firefly ein wichtigerer Markt, als ihr vielleicht denkt. Zum einen mit den klassischen 2D-Strongholds, die sich da drüben gut verkaufen, zum anderen auch mit dem Free-to-Play-MMO-Stronghold Kingdoms. Das hat allein auf Steam fast so viele Spieler wie Stronghold 1 und 2 zusammen. Und das zählt noch nicht mal die Spieler der Mobile-Version, die sicher auch gerade im Mobile-lastigen asiatischen Markt viel Potenzial hat. Der Szenarienwechsel von Warlords ist also durchaus nachvollziehbar. Aber die alten Stronghold-Fans konnte kein größerer Kurswechsel, weder spielmechanisch noch in Sachen Szenario, je von den Originalen weglocken. Kein Wunder also, dass Firefly auch mal den gegenteiligen Ansatz versuchte. Stronghold Crusader 2 war weitgehend ein sehr ähnliches Spiel wie das Original, nur eben in 3D. Aber das bringt uns zu Problem Nummer 3. Firefly kann kein 3D. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist einfach so. Kein neues Stronghold sieht heute besser aus als die 2D-Originale. Wenn ich mir zum Beispiel diese Burg im Original Crusader von 2002 anschaue und sie dann in Crusader 2 von 2014 nachbaue, dann sieht sie da, finde ich, nicht schöner aus. Im Gegenteil, die 3D-Grafik wirkt matschig und ausgewaschen. Das 2D wirkt im Vergleich viel detaillierter und liebevoller. Auch die Schlachten wirken in 3D wuchtlos und irgendwie unglaubwürdig, unter anderem wegen der klobigen Modelle und Animationen. Also können die neueren Strongholds nicht mal in Sachen Grafik ihre Vorgänger überflügeln. Das ist jetzt nicht immer Fireflies Schuld. Die 3D-Burgen von Stronghold 2 waren für ihre Zeit damals schon eindrucksvoll. Aber sie stammen halt noch aus der Frühzeit der 3D-Strategie-Grafik und die ist einfach nicht gut gealtert. Heute wirken die Modelle polygonarm, die Texturen monoton und matschig. Es gab diese Umbruchsphase, wo Spiele von spätem, verfeinerten 2D zu frühem 3D wechselten. Und ich finde da sieht das 2D heute im Rückblick meistens noch besser aus. Das erste Stronghold schaue ich mir heute lieber an als das zweite. Mit diesem Phänomen ist Stronghold aber nicht allein. Vergleich zum Beispiel mal Age of Empires 2, selbst ohne Definitive Edition, mit dem später veröffentlichten Empire Earth. Auch da spiele ich heute viel lieber nochmal Age. Das Problem ist eher, Fireflies 3D-Spiele sehen bis heute eher nett bis zweckmäßig aus. Warlords kommt halt einfach nicht daher wie ein modernes Spiel von 2021. Es hat seine Stärken, zum Beispiel die detaillierten Arbeitsanimationen, die tatsächlich eine schöne Serientradition aus den 2D-Tagen sind. Aber wirklich umhauen kann einem das Spiel selten. Nun muss man dazu sagen, dass Firefly ein sehr kleines Studio ist. 2017 hatte die Firma nur 30 Mitarbeiter. Dass ein Stronghold da nicht aussehen kann wie Age of Empires 4 mit fettem Microsoft-Geld im Rücken, das ist klar. Aber für die Serie ist das eben doch ein Problem, denn so wird es schwer für sie, neue Fans anzuziehen. Ein richtig eindrucksvolles AAA-Burgenbauspiel könnte sicher auch heute noch neue Fans auftun, die nicht mit rosa-roter Brille an einem Traum von vor 20 Jahren festhalten würden. Aber so findet Stronghold weniger neue Spiele, als es könnte und stellt gleichermaßen die alten auch nicht mehr so recht zufrieden. Wozu auch Problem 4 sehr viel beigetragen hat. Die Bugs. Einige der späteren Strongholds erschienen so richtig übel backverseucht. Ich zitiere einfach mal meinen Kollegen Heiko aus dem damaligen Testvideo zu Stronghold 3. Aber gerade die Burgmauern machen uns zu schaffen. Der Mauerbau funktioniert nämlich extrem fummelig oder gar nicht. Gerade kleine Lücken sind sauschwer zu schließen, wenn überhaupt. Immer wieder konnten wir beim Testen keine Treppenstücke setzen. Jep, man konnte doch ernsthaft nicht mal gescheit Mauern bauen. In einem Stronghold. Zwar hat Firefly seitdem daran gefeilt, aber den Steam-Reviews zufolge das Spiel bis heute nicht wirklich rund gemacht. So eine Katastrophe haben die Entwickler aber seitdem immerhin nicht mehr abgeliefert. Zwar kritisierten die Steam-Reviews von Crusader 2 zum Launch auch einige Bugs und KI-Aussetzer, aber heutzutage fallen die Wertungen für das Spiel zumindest etwas besser aus. Wenn auch immer noch nicht Stellar. Und im Test von Stronghold Warlords fehlen uns gar keine größeren Bugs auf. Man muss Firefly also zugute halten. Sie haben aus dem Debakel von Stronghold 3 zumindest gelernt. Aber unterm Strich bleibt trotzdem noch Grund Nummer 5. Die Abwärtsspirale. Und hier kann ich schlussendlich nur spekulieren, woran genau das jetzt liegt. Möglicherweise ist Firefly selbst frustriert und weiß nach so vielen Fortsetzungsversuchen auch nicht mehr so recht, was sie noch mit Stronghold anfangen sollen. Oder vielleicht liegt es am Geld. Stronghold wird immer noch gekauft und gespielt und Kingdoms spielt regelmäßig was ein. Aber wie gesagt, Firefly ist ein recht kleines Studio und es hatte lange keinen Hit mehr. Außerdem hat es schon länger keinen großen Publisher mehr im Rücken. Die ersten beiden Teile erschienen noch unter Take 2, der dritte bei 760. Andererseits war laut den Entwicklern genau der Druck vom Publisher schuld daran, dass das Ding so verwackt auf den Markt kam. In Interviews erzählte Simon Bradbury sogar, dass es die Einnahmen von Stronghold Kingdoms waren, die Firefly damals gerettet haben und dem Studio erlauben, seine Spiele selbst zu finanzieren. Aber man muss ganz objektiv festhalten, dass Stronghold in vielen Bereichen einfach schlechter geworden ist seit dem Original. Das ist nicht alles Geschmackssache oder Nostalgie oder eine Frage der Grafik. Zum Beispiel erzählte das erste Stronghold seine Geschichte über diese animierten Gesichter. Was sicher nicht gerade filmreif war, aber doch seinen ganz eigenen Charme hatte. Ich gehe ein paar Köpfe spalten. Stronghold 3 machte da doch tatsächlich einen Rückschritt und fuhr nur lahme Schwarz-Weiß-Zeichnungen auf. Und Stronghold Warlords kehrt 20 Jahre nach dem ersten Teil zurück zu den animierten Porträts, aber in schlechter. Solide Verteidigung, mein Freund. Eure Befehlsgewalt erfüllt mich mit Stolz. Hier gibt es nur einen Charakter pro Kampagne, der überhaupt so ein animiertes Bild hat. Es können sich also gar keine Dialoge entspinnen. Kein Wunder also, dass Warlords auch die Faszination seines Settings überhaupt nicht entfalten kann. Wenn ihr mich schon den Dschungelfürsten Tupfahn spielen lasst, von dem ich noch nie gehört habe und der mich einen feuchten Kehricht interessiert, dann müsst ihr das irgendwie spannender machen. Derweil liebe ich ja Total War 3 Kingdoms gerade deswegen, weil mich das in eine Epoche saugte, mit der ich mich davor nie befasst hatte. Ich habe seitdem sogar Bücher über die drei Reiche gelesen und mir die chinesische Serie im Original angeschaut. So sehr hat mich das Spiel für diese Ära begeistert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Warlords was ähnliches bei irgendwem zustande bringt. Und auch spielmechanisch gibt es einfach klar erkennbare Rückschritte. Zum Beispiel gibt es nur vier KI-Persönlichkeiten. Schon das erste Crusader hatte zum Release damals doppelt so viele. Und die machten einen großen Teil seines Charmes aus. Auch Burgen und Armeen fallen in Warlords viel kleiner aus als früher. Womit wir wieder zum Traum zurückkommen. Dem Traum vom Burgherr sein. Den erfüllt Stronghold bis heute mit seinen ersten Teilen am besten. Aber die Sache ist eben, es erfüllt ihn auch wirklich nur Stronghold. Oder zumindest erfüllt ihn kein anderes Spiel so gut. Es gibt nichts wirklich Vergleichbares. Jede andere Serie wäre nach so vielen Patzern und so vielen mittelmäßigen Teilen schon längst in der Versenkung verschwunden. Aber nicht Stronghold. Denn wir wollen diesen Traum nicht begraben. Wir wollen weiter davon träumen, dass Stronghold irgendwann zu alter Größe zurückfindet. Ich persönlich würde mir einfach ein Remaster des Originals wünschen. Also wieder in 2D, aber so umfangreich restauriert wie die Age of Empires 2 Definitive Edition. Wie sähe denn euer perfektes nächstes Stronghold aus? Oder habt ihr den Traum inzwischen doch begraben? Oder habt ihr den Traum in den Traum in den Traum in den Traum in den Traum?